Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Für Einsteiger Filmemacher, um für sich Werbung zu machen? Also ich habe fast nur Erfahrung mit Social Media, YouTube-Geschichten. Würde ich auch heutzutage immer noch empfehlen, glaube ich. Also viele denken ja, dass jetzt irgendwie der Zug abgefahren ist oder so. Und klar, man muss auch sagen, jetzt im Filmbereich gibt es auch mittlerweile schon viel, viel mehr YouTuber als vor drei Jahren noch so, als ich damit angefangen habe. Also ich hatte da auch schon Glück, muss ich einfach sagen, dass ich zur richtigen Zeit angefangen habe. Aber ich denke trotzdem, wenn man gut ist und wenn man regelmäßig Content liefert und immer auf die Zuschauer irgendwie auch eingeht, dann ist es heutzutage immer noch ein Weg, irgendwie dort Erfolg zu haben. Das unterschätzen viele auch, weil eben nicht nur das Videomachen dazugehört, sondern halt auch die ganze Instagram-Kanal muss noch gepflegt werden. Man muss auf Fragen antworten oder man sollte auf Fragen antworten. Und genau, da zählt schon noch viel mehr dazu und das ist dann schon auch wieder sehr Zeit- und Nervenaufreibend irgendwie. Ansonsten habe ich gar nicht viel andere Erfahrungen. Also ich habe keine Erfahrung mit Suchmaschinenoptimierung oder mit irgendwelchen Google-Geschichten. Da habe ich gar keine Ahnung von, um ehrlich zu sein. Okay, also auf jeden Fall Social Media ist so das, was du empfehlen kannst. Ja, auf jeden Fall, ja. Gerade für Quereinsteiger. Also wenn es Leute gibt, die wirklich Talent haben, zum Beispiel Instagram ist wirklich eine gute Plattform, wobei auch da ist es schwer durchzustarten, weil das mittlerweile ja noch mehr Leute versuchen als auf YouTube, habe ich das Gefühl. Aber klar, es ist super für Leute, die jetzt nicht direkt irgendwie Geld ausgeben wollen oder so sich einfach zu präsentieren, Reichweite aufzubauen. Was ich cool finde bei Instagram, sobald du da ein Hashtag reinbaust und wird der vorgeschlagen, was kannst du da eingeben, wenn du ein Wort eingibst, dann hast du gleichzeitig schon ganz viele Leute mit dem Feed und die sehen dann das, was du gemacht hast. Das finde ich eigentlich cool, dass das noch so ein bisschen frei ist, weil du hast, auf YouTube hast du das gar nicht. Da sagt YouTube, welches Video dir imjenigen angezeigt wird, was YouTube meint. Aber ich meine, das ist so teilweise dieser Algorithmus, der ist so krank. Wenn ich mir jetzt einmal ein Thema angeguckt habe, will ich nicht alle Themen von diesem Video gucken, sondern es gibt so krasse Menschen, die interessieren sich auch mal für andere Themen. Und dann, weißt du, was ich meine, dann ist es schwierig für das andere Thema was zu finden. Auf jeden Fall, ja. Habe ich noch gar nichts darüber nachgedacht, dass es auf YouTube nicht wirklich Hashtags irgendwie gibt. Aber ich muss sagen, also ich zumindest bin mit meinen YouTube-Vorschlägen ziemlich zufrieden immer. Und ich habe da schon sehr viele coole Sachen auch entdeckt. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen da so sind, aber ich habe eigentlich wirklich immer nach meinen Interessen die perfekten Videos eigentlich. Und ich habe trotzdem immer neue Sachen irgendwie entdeckt und bin eigentlich auch zumindest mit dem YouTube-Algorithmus ziemlich zufrieden. Ja gut, du hast ja auch schon ein paar Leute, die hinter dir stehen und die kriegen das ja eh auch. Aber zum Beispiel, ich bin nicht so ganz, ich fange gerade an mit YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte das auch so ähnlich wie du. Ich möchte, wenn ich was hochlade, muss das schon geil sein. Und das muss mich auch touchen und auch überzeugen. Und nicht irgendeinen so Dreck, dass du in der Kamera pupst und sowas, muss ich nicht haben. Oder irgendeine Mieze Katze, das will ich nicht. Sondern es soll auch für meine Zielgruppe das richtige Thema sein. Und deswegen stehe ich noch am Anfang. Und für mich ist noch so die Hemmschwelle vor die Kamera zu streiten. Jetzt so im Podcast mit dir quatschen ist was anderes, als einfach blind in die Kamera zu quatschen. Ja, ja, komplett. Das ist jetzt so für mich so die Vorstufe davon. Ja, also ich weiß noch so am Anfang, also man kann sich auch gerne meine ersten Videos angucken. Ich war da mega nervös irgendwie, weil man kommt sich so bescheuert vor, so alleine in so einem Raum zu sitzen und in so einer Kamera zu quatschen. Und eigentlich bin ich gar nicht so ein Typ, der irgendwie, also ich habe kein Problem damit, vor Leuten Vorträge zu halten oder so. Ich bin da voll entspannt eigentlich. Aber das war so eine komplett neue Erfahrung und da kam ich mir wirklich blöd vor. Obwohl ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es so kommt. Aber ich muss aber sagen, eigentlich schon so nach dem achten oder zehnten Video war das schon fast Routine irgendwie. Also ich denke, nach zehn, zwölf Videos kann man es eigentlich. Ja, ich nehme dich per Wort, ich probiere das mal aus. Vielleicht sind es auch 15 oder 20 Videos. Aber ich will jetzt keine Garantien geben. Aber mittlerweile fühle ich mich da echt wohl und es ist halt echt Routine. Ich stelle mich da hin und ich muss mittlerweile gar nicht mehr so viel neu einsprechen, weil es irgendwie flüssig läuft. Man sieht es aber auch, also dadurch werden aber auch die Videos länger. Ja, also am Anfang habe ich wirklich fast jeden Satz drei, viermal eingesprochen, was aber perfekt gepasst hat. Und jetzt labere ich schon ein bisschen mehr und dadurch werden meine neuesten Videos zumindest jetzt auch mal ein bisschen länger, was ich nicht unbedingt gut finde. Also, naja, wenn man sich zu wohl fühlt, ist es anscheinend auch nicht so super, wenn man dann ins Labern abschweift. Aber du guckst da, also ich habe ja vorhin, du guckst ja auch schon, was läuft bei Analytics im Hintergrund bei YouTube, oder? Wie lange gucken deine Leute von was, Mobil oder Desktop? Und so habe ich das so jetzt verstanden, dass du da wirklich guckst im Hintergrund bei YouTube. Also, ich gucke tatsächlich fast gar nicht in die Analytics, dass ich das weiß mit den mobilen Geschichten. Das war nur, weil ich mal für ein Video zum Thema Hochformat filmen, habe ich mal so ein Video gemacht, so ein Infovideo. Und dafür habe ich mal in die Analytics geguckt, wie viele Leute überhaupt das auf mein Handy angucken. Aber jetzt so, ich analysiere da fast gar nichts. Also, es gibt ganz viele Leute, die gucken dann, nach der wievielten Minute abgeschaltet wird, was man da an dieser Stelle langweiliges gesagt hat oder so. Ich mache das tatsächlich nicht. Die Zeit, also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bei mir funktioniert es auch irgendwie so. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie immer passt. Wenn vielleicht mal irgendwann eine Zeit kommt, wo meine Views irgendwie komplett in den Keller gehen oder so, dann mache ich mir da vielleicht mal Gedanken drüber. Aber gerade mache ich einfach das, worauf ich Lust habe tatsächlich und plane das jetzt nicht. Das merkt man auch. Ja, super. Danke. Marketing waren wir eigentlich. Also, hast du deine Zielgruppe eigentlich definiert, wen du ansprechen möchtest? Also, ich würde es jetzt nicht so als irgendwie so alter oder männlich-weiblich irgendwie sowas definieren, sondern einfach wirklich, also, ganz klar Filmleute. Ich hatte auch vorher überlegt, ob ich vielleicht so Fotografiethemen irgendwie mitnehme, aber ich bin dann einfach nur bei Film geblieben und habe da jetzt aber keine Ansprüche irgendwie besonders junge oder besonders kaufkräftige 30-Jährige oder sowas anzusprechen. Also, ich mache einfach Videos, auf die ich Lust habe und bin da so, wie ich bin irgendwie und das ist, glaube ich, auch so das Rezept, was bei mir dann irgendwie auch ganz gut funktioniert hat, denke ich. Ich habe auch wirklich viele sehr junge Leute, also auch mein Praktikant ja und auch seine Schulkollegen irgendwie, die gucken meinen Kanal und die sind halt 14, 15 und dann schreibe ich auch wieder ein paar 60-Jährige an, was ich auch voll cool finde und auch viele mit 20er oder so. Also, ich glaube, was die Altersgruppe angeht, nehme ich sehr viele Leute mit. Cool. Ja. Wenn du jetzt zum Auftrag fährst, der bezahlt ist, du machst jetzt ein Kundengespräch vor dir, bereitest du dich da vor? Hast du dir da irgendwie was vorbereitet, wie du auf Kundengespräche zugehst? Es kommt immer ein bisschen auf den Kunden drauf an. Mittlerweile ist es eigentlich, also, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die Leute meinen YouTube-Kanal kennen und viele kommen ja daher, dass sie mir da sehr vertrauen, was meine Arbeit angeht und dass ich mich da wenig rechtfertigen muss. Also, ich hatte ja zum Beispiel eine Zeit lang nicht mal irgendwie aktuelle Projekte irgendwo online von mir. Also, die eine Homepage, die war ja mega veraltet und trotzdem kamen Leute immer auf mich zu und haben mir zugetraut, dass ich die Arbeit gut mache. Von daher ist es ein Riesenvorteil für mich jetzt in der jetzigen Situation und ansonsten einfach offen ehrlich sein. Also, ich habe da auch, würde ich sagen, nicht so unbedingt das Geheimrezept und es kommt immer auf den Kunden so ein bisschen drauf an. Klar, Vorbereitung ist das A und O, das habe ich auch schon mal in Videos gesagt. Oft ist es so, dass der Kunde dann schon teilweise Drehbücher auch schreibt von der Marketingabteilung aus oder so, die ich dann noch ein bisschen anpasse oder so. Ja, genau. Ich mache mir jetzt aber nicht so all die, also die großen Gedanken vorher, um ehrlich zu sein. Ja, viel mache ich auch spontan am Set. Seht ihr denn gut, die Marketingdrehbücher? Weil ich habe schon ganz oft gehört, dass die Marketingabteilung teilweise keine Ahnung hat von Videogeschichten. Ja, von Videogeschichten wenig, aber von Texten oder was der Text irgendwie aussagen muss, dann schon eher. Ich habe dann auch schon viele Situationen gehabt, wo ich dann sagen musste, hey, der Imagefilm sollte vielleicht keine acht Minuten lang sein, sondern zwei Minuten, maximal drei Minuten und das ist schon eher zu lang. Also, was das angeht, diese Video-Know-how-Geschichten, da muss ich dann schon auch ab und zu mal sagen, so kann ich nicht empfehlen. Es gibt dann aber auch Firmen, die sagen, okay, haben wir zur Kenntnis genommen, ihre Meinung sozusagen, wir wollen aber trotzdem fünf Minuten Imagefilm haben. Dann, wenn ich meine Beratertätigkeit sozusagen beendet habe und die trotzdem nicht darauf hören wollen, dann sage ich auch, okay, ist ein bezahlter Job, die sind damit zufrieden, dann mache ich das auch gerne so. Ja, so und so. Ich denke, das ist auch üblich. Sollen sie zusehen, was sie damit machen? Ja, es ist wirklich wichtig, dass man, wenn man jetzt ein Imagevideo sagt oder so, dann muss man, finde ich, dem Kunden würde ich jetzt zum Beispiel auch so drei verschiedene Videoarten dann einfach, du kannst ja aus einem Schnitt was machen. Was zum Beispiel Facebook sagt, das Beste sind ja 10 bis 15 Sekunden Videos, um die Leute auf zum Beispiel deine Webseite zu kriegen oder einfach sofort abzuholen, da wo sie gerade sind. Und das, was ich ja vorhin meinte, nicht vorher stundenlang Landschaften und bla bla bla, sondern direkt auf den Punkt, wenn du das und das willst, findest du das hier und da, Punkt, Ende aus. Und das machen ja viele nicht. Viele machen ja wirklich 10 Minuten Imagevideo mit irgendeinem Blatt, was vom Baum fällt und dann wird die Straße und wo ich mir denke, ah, naja. Ja, Katastrophe. Ja, man sieht schon echt schlimme Sachen noch. Man denkt so, das ist in den 90ern irgendwann ausgestorben, aber ja, es gibt viele schlimme Sachen, sage ich mal. Ja, aber es gibt auch sehr, sehr gute Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Amerikaner sind da schon viel, viel weiter. Was die machen, das finde ich. Ich persönlich, da sind die Deutschen, naja, und Schweiz und Österreich, die hängen da noch so ein bisschen hinterher. Ja, die sind alles immer so ein bisschen verschlafen, das Gefühl, ja. Aber ich muss mich da auch, also ich bin jetzt auch nicht so, der jetzt irgendwie so einen revolutionären Imagefilm irgendwie machen würde. Ich bin auch eher von der Machart her eher traditionell, aber glaube ich schon verbunden mit, ich sag mal, frischerer Musik als jetzt in den 90ern oder mit etwas besserem Schnitt, schöneren Farben und so weiter. Aber ich denke, so von der Machart her sind meine auch eher so traditioneller, sage ich mal. Und du hast schon recht, die Amerikaner sind schon teilweise, die trauen sich Sachen, die sich jetzt ein deutscher Produzent nicht trauen würde. Aber es gibt schon so ein paar Firmen hier, die das auch sehr frisch und cool machen. Hast du schon mit einigen zusammengearbeitet? Oder haben die dich dann angesprochen und sagst, komm, kannst du uns unterstützen? Ja, also ich habe jetzt zusammen mit der Agentur Gedankenwerk vom Sascha, also der auch in der Filmemachergruppe dabei ist, habe ich jetzt schon mehrere Projekte gemacht. Das waren auch coole Kunden, also Canon Deutschland. Für die Telekom hatten wir gedreht, das waren jetzt so die beiden größten Kunden. Er macht noch selbst sehr viel für die IHK und so weiter. Also wirklich namhafte Kunden. Das waren jetzt immer so die größten Sachen. Ansonsten jetzt diese Filmemacher, die ich so komplett auch feiere, da habe ich jetzt noch nicht viel zusammengearbeitet. Ich mache auch viel alleine tatsächlich oder mit einem kleinen Team. Wie berechnest du denn deinen Preis? Wie berechne ich meinen Preis? Ganz klassisch Tagessatz, Film mit Kamera, also mit Equipment mache ich meistens so eine Pauschale für einen Tag. Anfahrt, 30 Cent pro Kilometer oder ein Flug. Meistens schlage ich da noch ein bisschen was drauf. Logisch, du musst ja auch. Genau, auch bei der Musik oder so dann auch immer noch Musikdizenz und noch ein bisschen was für die Recherche draufschlagen. Bei der Post-Production mache ich auch Tagessätze, aber ein bisschen weniger als für das Film. Ich glaube, das ist soweit auch üblich. 300 Euro ist das, glaube ich, üblich. 300 Euro ist, glaube ich, Tagessatz üblich oder in Deutschland? Also ich habe ein bisschen mehr, muss ich sagen. Also bei Schnitt, ja. Aber ich denke, so die Größenordnung irgendwas zwischen 300 und 1000 Euro ist so, glaube ich, das was. Ja, momentan. Wo jetzt so 90 Prozent aller Leute irgendwie liegen und da bin ich jetzt halt auch drin. Tipptopp, ja, das macht doch Sinn. Ich finde, man soll sich auch nicht unter Wert verkaufen. Ja, ja, da muss ich auch sagen, also so ein Kumpel von mir hat mir auch neulich gesagt, du hättest jetzt zwei Videos mit Filmen und Schneiden 500 Euro bekommen und das hat er so voll stolz erzählt. Ich dann so, okay, hättest du auch durchaus mehr nehmen sollen oder können. Aber ja, aller Anfang ist schwer. Das sind aber die Vorstellungen der Leute, das ist ja das Krasse. Ja, ja. Und die sind ja bei 500, was, nee, das ist ja voll viel Geld. Ja, logisch, aber du hast nicht nur ein Standbild, du hast den Ton, du hast das Musik, die Lizenz und die Arbeit, der Schnitt. Und das ist ja das, was viele Leute nicht sehen. Aber ich will auch niemanden verurteilen. Also ich habe auch vor drei Jahren oder vor vier Jahren noch, habe ich auch mal so ein Festival gefilmt, auch für eine etwas größere Firma, die eigentlich jeder kennen sollte. Da will ich jetzt aber nichts hier, keine Namen nennen. Die haben 500 Euro, haben sie mir angeboten für das ganze Festival und, gut, Fahrtkosten kamen noch obendrauf. Aber trotzdem, das war viel zu wenig. Aber in dem Moment wusste ich das auch nicht und ich dachte, okay, für den Kunden will ich unbedingt arbeiten. Und dann habe ich es halt auch gemacht. Ich denke, da kann man keinem einen Vorwurf machen. Da muss man einfach die Erfahrung sammeln und irgendwann wird man feststellen, dass man mit 500 Euro für vier, fünf Tage Arbeit definitiv nicht selbstständig überleben kann. Ja, das stimmt. Aber man kann damit anfangen. Also viele haben jetzt auch zu mir gesagt, dass man gesagt hat, wenn ich jetzt ein gewisses Thema habe, zum Beispiel Hochzeiten, dann sollte ich ruhig so eine Hochzeit umsonst filmen mal können, die natürlich geil ist. Also Damien hat gesagt, zum Beispiel mit Kutsche, Pferd und allem Prie-Papot, hat er Fotos gemacht für Nulu und hat gesagt, aber das muss schon eine Kracher-Hochzeit sein und das muss ich auch veröffentlichen dürfen und dann ist alles okay. Und er sagte, aufgrund diesen Aufnahmen hat er sehr, sehr viele neue Kontakte und neue Angebote bekommen. Also von daher lohnt sich das. Sehe ich ganz genauso. Habe ich auch gemacht. Ich habe auch tatsächlich vor zwei Jahren das erste Mal eine Hochzeit gefilmt. Da habe ich auch gesagt, ich habe null Referenzen in dem Bereich. Ich will einfach mal ausprobieren, ob das was für mich ist. Kostenlos, aber ich darf es als Referenz benutzen. Und ich habe nach der Hochzeit gemerkt, das ist nichts für mich. Und ich habe noch einmal eine Hochzeit gefilmt, ja. Aber ansonsten habe ich dann festgestellt, dass das nichts für mich ist. Und ja, hinterher war ich auch schlauer. Im besten Fall rutscht man dann in eine Branche rein und kann gut damit verdienen. Also deshalb finde ich das schon in Ordnung, auch mal was kostenlos zu machen. Ja, auf jeden Fall. Hochzeiten ist super anstrengend. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt. Grausam so. Und deswegen das mit deinem Kollegen mit DJ und Fotos. Also ich bin sprachlos. Wie kann man... Das ist schon hardcore echt. Wie und warum kam die Idee mit dem YouTube-Kanal? Ja, gute Frage. Also ich habe während des Studiums so gemerkt, dass ich nicht mehr unbedingt in dem Bereich so zufrieden bin. Also ich mag das Fach total gerne. Ich finde es spannend, so viel mit Naturwissenschaften, was mir in der Schule auch immer viel gelegen war, was mir immer gut gefallen hat. Aber so beruflich hat mir das dann irgendwann nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, mit dem Film, das wäre schon so ein Traum, das auch irgendwie beruflich machen zu können. Aber das war dann noch in sehr weiter Ferne. Und ja, dann habe ich mir einfach überlegt, was ich mal so in der Freizeit machen oder anfangen könnte, wie ich meine Reichweite steigern könnte. Und im YouTube-Bereich in Deutschland gab es bisher da eigentlich nur den Mike Lominski. Kennst du ja bestimmt auch. Ja, ich habe jetzt schon tausendmal gestalkt. Er antwortete mir nicht, ich bleibe weiter dran. Ja, mit dem bin ich auch so ein bisschen in Kontakt. Das ist eigentlich super nett und so. Also wir verstehen uns auch gut. Wir haben uns auch ein paar Mal hier in Berlin zum Burgeressen getroffen und so. Alles cool, wir verstehen uns gut. Und er war halt damals so der Einzige in dem Bereich. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das kann ich doch auch. Und da habe ich einfach angefangen. Und dann hat es auch ganz gut funktioniert. Ja. Das erste Jahr ist so das Anstrengendste, kann ich jedem sagen, der damit anfängt. Viel Arbeit für wenig Erfolg, sage ich mal. Aber dann irgendwann läuft es von alleine. Ja, Mike, wenn du das hörst, ich will dich auch einladen im Podcast. Jetzt kannst du mir gerne mal antworten. Sag ihm Bescheid. Meine E-Mail und ich habe den schon so gut. Ich glaube, der hat sogar mal eine Anfrage angenommen und hat mir einfach nicht gehalten. Na egal, ich bleibe dran. Ich werde ihm Bescheid sagen, dass er keine Angst vor dir haben soll. Nein. Dass du ganz lieb bist. Oh Gott, der braucht auch keine Angst vor mir haben. Ich tue keine Angst vor mir. Kamerafrei, wackelfreie Kamera oder was? Das war so das erste Video, glaube ich, von ihm. Ja, der ist ja so ein Urgestein. Und wo ich auch ein Fan von bin, ist Felix Barth. Der macht mir immer leider zu viel Mischmasch. Der macht ja mit Handys und mit allem Equipment-Gedöns. Das ist mit zu Matsch. Also ich möchte mir so die Videomacher, Videografen, Filmemacher-Branche. Das ist so das, was mich interessiert. Ja, aber ich glaube, Felix ist im Herzen auch Filmemacher. Also das ist, glaube ich, so seine allergrößte Leidenschaft. Ich weiß gar nicht so, ob der im Moment noch so auf Krass-Technik oder Handys oder so abfährt. Ich glaube, ihm macht eher auch so dieses Produzieren und das Filmen viel Spaß, habe ich immer das Gefühl in seinen Videos. Aber du kennst ihn nicht, der wohnt ja auch in Berlin, glaube ich, ne? Du kennst ihn aber nicht. Nee, der Felix hat in Leipzig gewohnt, aber wohnt jetzt irgendwo in NRW. Okay. Krefeld. Genau, in Krefeld wohnt er, genau. Wir hatten auch mal tatsächlich kurz geschrieben, Felix und ich. Witzigerweise hatte ich ihm gefragt, ob er Lust hätte, ein Video über eine Rat einfach mal zu machen auf seinem Channel mit mir zusammen und der hat tatsächlich zwei Tage vorher ein Video über eine Rat aufgenommen und hat es dann veröffentlicht und es war richtig verrückt. Also ich hatte irgendwie so die Idee, mit ihm was zu drehen und dann hat er schon genau diese Video-Idee abgefeuert. Aber gut, mal schauen, vielleicht machen wir irgendwann mal was zusammen. Na toll. Ja, passiert, alles gut. Ja, nein, ach, das gibt ja wirklich coole Kollegen, ja. Das ist cool. Ja, dann wären wir eigentlich so weit durch mit den drei Oberthemen. Nochmal ganz zum Schluss so eine Schnellfrage runter. Bitte ergänze einfach die folgenden Fragen. Bist du bereit? Legen wir los. Also, die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Verlässlichkeit. Nach dem Motto Leben der Kunde ist König. Und gute Qualität abliefern. Sehr gut. Wenn du deine Wunschkamera selbst zusammenstellen könntest, welche Features hätte die? Alle Features von der C200. Vielleicht auch ein Full-Frame-Sensor wäre ich nicht abgeneigt. Und 500 Gramm leichter. Die sind echt sauschwertige Dinger, ja, das stimmt. Dein Lieblingsbuch ist? Schwierige Frage. Da werde ich als Nicht-Leser entlarvt. Aber ich glaube, das letzte Buch, was mir wirklich gut gefallen hat, war Narzis und Goldmund. Ziemlich abgedreht, aber ja, das fand ich cool. Das habe ich vor einiger Zeit im Urlaub gelesen. Narzis und Goldmund. Narzis und Goldmund. Schicke ich dir mal einen Link. Gerne, ja. Ist ein schönes Buch, ist ein klassisches Buch. Kann man sich mal angucken. Achso, und was ich aber auch mag in Bezug auf Filmemacher-Themen ist Unternehmensfilme drehen. Das wurde auch mal in der Filmemacher-Gruppe vorgestellt. Fand ich auch sehr, sehr interessant für Leute, die in dem Bereich irgendwie auch Fuß fallen, fassen wollen. Cool, ja. Und da ist dann beschrieben, so Image-Filme, wie macht man das und oder? Genau, da geht es um Drehbuchschreiben, um Budgets, was ist angemessen im Business-Bereich und Lichtsetzung, alles mögliche. Alles, was man da irgendwie denken muss, wird da gedacht in diesem Buch. Sehr schön. Super, hole ich mir, dankeschön. Dein Lieblingszitat heißt? Oh, muss ich passen, da habe ich keins. In fünf Jahren werden Videos? Noch präsenter sein als heute schon, hoffe ich. Gut, das war's. Wenn dich jemand erreichen möchte und gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie ist denn deine Webseite? Martinflint.com ist meine aktuelle Domain. Genau. Ansonsten auch per E-Mail info at cameracave.de. In einem Wort ist noch meine alte Domain, aber die E-Mail-Adresse habe ich noch. Und ja, Instagram geht auch immer. Aber es kann durchaus sein, dass ich auch mal nicht antworte. Also ich denke, gerade schaffe ich es nur so auf 50, 60 Prozent der Anfragen zu antworten. Tut mir auch leid, aber ich schaffe es einfach nicht mehr, gerade alles zu beantworten. Das stimmt. Wenn Leute zuhören, ich habe dich auch angeschrieben und du hast mir heute erst geantwortet. Ich bin ja auch nicht böse, weil ich weiß, dass ihr alle sauviel um die Ohren habt. Da geht es mir ja auch. Und die Leute sind meistens dann sehr enttäuscht, wenn sie nicht sofort Antwort kriegen. Was ich jetzt gemacht habe ist, also ich fange jetzt gerade an, ist so ein Chatbot, dass die Leute schon mal eine Antwort von mir kriegen und dass ich die schon mal kategorisieren kann. und die dann, wenn ich dann Zeit habe, die dann auch nochmal anschreiben kann. Das ist so jetzt, wo ich momentan... Ja, damit kenne ich mich zum Beispiel nicht aus, um irgendwie sowas zu programmieren oder einzustellen. Aber cool, wenn man sowas kann. Ja, ist nicht schwer. Das ist total easy. Aber das ist... Ja, ist auch Zeit. Das ist einfach so. Aber es, glaube ich, spart auch sehr viel Zeit. Ja, cool. Dann wären wir am Ende des Podcasts. Ich danke dir tausendmal, dass du heute Zeit hattest. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt aufs Ergebnis, wie das dann so aussieht später. Ja, das dauert jetzt ganz lange, weil ich... Das muss mir mega viel Mühe geben, damit du sagst, das ist okay. Ach, keinen Stress. Mach, was du willst. Und ich bin sicher, das wird schon gut sein. Ja, cool. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt jetzt an die Leute, die das dann sehen auf YouTube, einfach in die Kommentare schreiben und dann denke ich mal... Ich hoffe, wir werden uns dann sehen im September, hast du gesagt. Bist du in der Schweiz? Genau. Ich bin vier Tage dort oder drei Tage dort. Da habe ich bestimmt eine Tagzeit. Wir tauschen gleich noch die Daten aus. Bleibst noch einen Moment dran. Und dann... Genau. Ja. Wunderbar. Cool. Dankeschön. Sehr schön. Gerne. Ciao. Musik 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 Vielen Dank.